Reinhold Messner, einer der umstrittensten lebenden Legenden. Von einigen kritisiert, von vielen als Held verehrt. Reinhold Messner ist ungeachtet der Meinung über ihn, einer der wichtigsten Bergsteiger des 20. Jahrhunderts. Was seine Leistungen waren, wie er zu seiner Schar an Kritikern gekommen ist und was er heute so treibt, darum geht es heute bei Legenden im Porträt, Reinhold Messner. Erstmal zu den übersichtlichen Fakten. Reinhold Messner wurde am 17. September 1944 in Brixen in Südtirol geboren. Er wuchs zusammen mit seinen nach 57 insgesamt acht Geschwistern im kleinen Vilnius-Tal in Südtirol auf. Und schon als Kind zog es ihn auf die Berge und sein erster Berg waren die naheliegenden Geißlerspitzen. Zusammen mit seinem Bruder Günther oder allein zog es ihn während der Kindheit und der Jugend auch immer wieder auf schwierigere Touren in den Dolomiten. Trotz der schlichten Ausrüstung, genagelten Schuhen, Hanfseilen und Rucksack mit Lederriemen gelangen ihm Begehungen bis in den sechsten Grad. Für damalige Verhältnisse starke Leistungen. Vieles davon kletterte er zudem solo und ohne Sicherung. 1965 gelang ihm als junger Erwachsener schließlich eine besondere Leistung mit der Ortler Nordwand. Außerdem auch die Grand Jauras über den Walker-Pfeiler. Er machte sich langsam einen Namen als ein äußerst begabter und risikobereiter Kletterer in Fels und Eis. Vergleichbar mit heutigen Leistungen ist das insofern nicht, als dass die damalige Ausrüstung weit vom heutigen Stand der Dinge entfernt lag. Für die damaligen Verhältnisse waren es aber bemerkenswerte Leistungen. Nachdem er in den 60er Jahren bereits diverse 6000er im Himalaya bestiegen hatte, wurde er 1970 zu einer Expedition zum Nanga-Pabat eingeladen. Unter dem Expeditionsleiter Karl Maria Herrlikhofer ging es um die erste erfolgreiche Durchsteigung der Ruppalwand über die Merkel-Rinne. Bei dieser ersten Expedition von Reinhold und seinem Bruder Günther verlief aber nicht so, wie es geplant war. Doch zum Thema Günther Messner haben wir bereits ein Video gemacht, oben beim i. In diesem wird die Geschichte um die Besteigung des Nanga-Pabats 1970 etwas ausführlicher aufgegriffen. Günther Messner starb beim Abstieg vom Nanga-Pabat unter Umständen, die bis heute nicht als gesichert gelten. Teile des Geschehens konnten erst Jahrzehnte später tatsächlich geklärt werden, nachdem der Gletscher die Leiche von Günther Messner freigegeben hat. Dieses Drama vom Nanga-Pabat führte zu unzähligen Gerichtsverhandlungen, wo auf der einen Seite Reinhold Messner Vorwürfe der Rufschädigung, Verleumdung und unterlassenen Hilfeleistung äußerte und vor Gericht eben auch Austrug. Und auf der anderen Seite Reinhold Messner vom Alpenverein, von namenhaften Bergsteigern, Expeditionsleitern und sogar der internationalen Presse für das Geschehen zerfetzt wurde. Jahrzehnte später ließ sich bestätigen, dass Günther Messner tatsächlich beim Abstieg über die Diamier-Seite abgestürzt ist. Und so konnte Messner einige Behauptungen über einen misslungenen Abstieg über die Rupal-Wand widerlegen. Doch viele Details konnten nie geklärt werden. Viele Dinge weiß nur Reinhold Messner. Und das nahmen sich viele Kritiker zum Anlass, Reinhold Messner in der Öffentlichkeit als Mörder an den Pranger zu stellen. Reinhold Messner leidet unter den Vorwürfen und unter dem Tod seines Bruder Günthers bis heute. Doch Reinhold stellte schon 1970 fest, dass der Tod Günthers nicht mehr zu ändern ist und er weitermachen will. Er machte an den Achttausenden der Welt weiter und schon zwei Jahre später, also 1972, stand er auf dem Manaslu, mit einem ähnlichen Erlebnis wie zwei Jahre zuvor. Franz Jäger und Andreas Schlick, zwei der drei Bergsteiger, mit denen Reinhold unterwegs war, starben bei der Expedition. Franz Jäger verirrte sich, als er alleine kurz vor dem Gipfel umkehrt und Andreas Schlick verirrte sich bei der Rettungsaktion. Beide waren tot. Reinhold Messner erkannte, dass diese Form der Expeditionen nicht mit seinen Moralvorstellungen vereinbar war. Zu viele Menschen können bei diesen Abenteuern umkommen, weshalb er sich beim dritten Achttausender, dem Gashabrum I, dafür entschied, die Expeditionen in Zukunft schnell, mit abgespeckter Logistik und im Alpinstil zu besteigen. So gelang ihm der Gashabrum I 1975 zusammen mit Peter Habeler und er war damit der erste Mensch der Welt, der mehr als zwei Achttausender besteigen konnte. Ein besonderer Meilenstein war der Mount Everest, denn dieser versteckte einige ungelöste Fragen. Die größte unter ihnen, ist es möglich, den Mount Everest ohne Flaschenzauerstoff zu besteigen. Nachdem der Mount Everest viele Jahre zuvor von Edmund Hillary und Tenzing Norgay, ein Video zu Edmund Hillary haben wir bereits gemacht, erst bestiegen wurde, war es keine Pionierarbeit mehr. Jedoch wurde er noch nie ohne künstlichen Sauerstoff bestiegen. Und so wurde das Vorhaben von Reinhold Messner und Peter Habeler zu einem Experiment für die ganze Menschheit und nicht zuletzt die Wissenschaft. Niemand wusste, was passiert, wenn man sich auf so einer Höhe ohne künstlichen Sauerstoff bewegen würde. Vom Wahnsinn, vom sofortigen Tod oder auch vom Einsetzen der vollständigen Verblödung war die Rede. Peter Habeler und Reinhold Messner zogen ihren Plan durch und bestiegen den Mount Everest als die ersten Menschen überhaupt gänzlich und erfolgreich ohne Flaschenzauerstoff. Ein neuer Meilenstein im Alpinismus im Jahre 1978. Ein Jahr später gelang ihm im etwas logistisch größeren Stil die Besteigung vom K2, jedoch ebenfalls wieder ohne Hochträger und ohne zusätzlichen Sauerstoff. Im selben Jahr gelang ihm weiters die Besteigung der Shishapangma. 1982 wollte er sich wieder mit dem bisher unerreichten messen. Das Ziel war die Besteigung von Kang Zheng Zönga, Gashabrum 2 und Broad Peak innerhalb eines Jahres. Doch bereits am Kang Zheng Zönga lief nicht alles optimal und sein Partner musste nach dem ersten Gipfel bereits nach Europa zurück. Dennoch gelang es ihm, sowohl den Gashabrum 2 als auch den Broad Peak innerhalb des Jahres zu besteigen. Auch Chooyu 1982, Annapurna und Daolagiri 1985 waren stets erfolgreich. Nachdem der Makalu aber vier Anläufe benötigt hat, gelang ihm die Besteigung des Loze noch im gleichen Jahr wie die des Makalus, nämlich 1986. Kritik gab es für die Besteigungen immer wieder. Am Mount Everest hat er ja eine expeditionsartige Logistik inklusive Fixseilen für den Aufstieg verwendet, was eigentlich gegen seine Grundwerte untersprach. Auch sein letzter Achttausender, bei dem das Basislager mit dem Helikopter angeflogen wurde, um ihm noch im Jahr 86 die Möglichkeit der Besteigung zu geben, wurde kritisiert. Nichtsdestotrotz war er aber auch bei all diesen teils berechtigten Kritiken der erste Mensch der Geschichte, der alle 14 Achttausender besteigen konnte. Und selbst während und nach seinem großen Projekt der Achttausender vollzog er an anderen Orten der Welt ebenfalls erstaunlich ist. Eine ganze Liste über seine Erfolge während dieser Zeit verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Nachdem er die hohen Berge der Welt hinter sich gelassen hat, begab er sich in die großen Ebenen dieser Welt. Mit Arvid Fuchs gelang ihm 1989 die Durchquerung der Antarktis, 93 die Durchquerung Grönlands und letztlich 2004 die Durchquerung der Wüste Gobi. Und bereits 2003 hatte Reinhold Messner überlegt, wie er seine Liebe zu den Bergen und Abenteuern dieser Welt zu einer Einnahmequelle abseits der üblichen Vorträge machen kann. Das gelang ihm unter anderem mit der Idee des Messner Mountain Museum. Insgesamt an fünf Standorten kann man sich zu unterschiedlichen Spezialgebieten die Geschichte, die Kultur und die Faszination hinter dem Bergsteigen der Vergangenheit ansehen. Hier weiter ins Detail zu gehen, würde aber jetzt ehrlich gesagt den Rahmen sprengen. Was ich bisher über Reinhold Messner nicht gesagt habe, aber sicherlich den meisten bekannt ist, Reinhold Messner war schon immer ein leidenschaftlicher Autor und Schriftsteller. Er schrieb bereits ab 1970 diverse Bücher und Texte und mittlerweile liegt die Anzahl seiner Publikationen weit im dreistelligen Bereich. Bis heute gibt er an, nichts am Computer geschrieben zu haben, sondern stets handschriftlich. Bis heute wird Reinhold Messner für seinen Umgang mit dem modernen Alpinismus kritisiert. Oftmals wirft man ihm vor, er sei ein Mann der Doppelmoral, weil er den Alpinismus erst in den Himalaya gebracht hätte. Außerdem werfen ihm Kritiker vor, dass sein Eingriff in die Natur mit seinen Messner Mountain Museums erheblich gegen seine öffentliche Haltung gegenüber dem Naturschutz widersprechen würde. Kritik, die mal mehr, mal weniger gerechtfertigt ist. Generell lässt sich sagen, dass Reinhold Messner für seine Aussagen, seine Taten und seine Handlungen auch kritisiert werden kann und soll. Jedoch durch viele Neider und gehässige Menschen die Unterscheidung zwischen eingebrachter Kritik und Verleumdung leider oftmals extrem schwierig ist. Es gibt so viel über Reinhold Messner zu erzählen. Eigentlich bräuchte es drei, vier oder fünf Videos um das Drama vom Nanga Parbat, die Details vom Everest und die Geschichten um die Suchquerungen und all seine Publikationen zu behandeln. Letztlich hat er sich sogar als Filmemacher und Berater einen Namen machen können. So viel Inhalt in einem einzigen Leben. Reinhold Messner. Egal wie umstritten sein Leben sein mag, seine Leistungen bleiben unumstritten, wohl die größten in der Geschichte des Bergsteigens. Und das werden sie wohl für sehr lange Zeit, wenn nicht sogar für die Ewigkeit, auch bleiben. Wir wünschen ihm einen schönen Lebensabend und ein schönes, wie er sagt, siebtes Leben.